Hey Babes, ist eure Winterdepression auch schon am Start? Dann habe ich jetzt das richtige Paket für euch. Meine neueste Exercise nach Dostoyevsky. Euch erwartet die geballte Ladung Double Standard mit Sinister und natürlich alles echt Pinkwashing. Kommt vorbei im Kellerloch zu meinen Showdates und bringt eure schlechteste Laune mit. Wie immer braucht ihr gar keine Deutschkenntnisse, denn bei DeLorean verstehen wir uns alle auch ohne Sprache. Und wenn ihr euch vorher noch ordentlich Frust anfresst, dann ist das die beste Vorbereitung für unsere Exercise. Also, ich freue mich auf euch. So, see you in the shit hole! So, again, everybody!